Als Partner von Let's Be Smart präsentiert die Innovida-Gruppe Beleuchtungselemente für die Küchen- und Badindustrie sowie eine revolutionäre Technologie für Dunstabzugshauben. Die Revolution in der Dunstabzugshauben-Technologie, das EJS-System, der Invitec, ein Unternehmen der Innovida-Gruppe. Mit dem EJS-System wird die angeseuchte Luft durch ein Lüfterrad stark verdichtet, keine Leistungsminderung mehr durch verstopfte Filter, so dass die Luft dauerhaft um deutlich mehr als 95 Prozent von Öl- und Fettpartikeln befreit wird. Dabei benötigt das EJS-System deutlich weniger Energie als herkömmliche Systeme, so dass die Dunstabzugshauben mit EJS-System schon heute die Energieeffizienzklasse A++ erreichen. Eine einfache Handhauung in der Reinigung des EJS-Systems ohne verfettete Filter auszubauen. Die Auffangschale des EJS-Systems wird einfach in der Spülmaschine gereinigt. Auch in der Umlufttechnik werden außergewöhnliche Werte erreicht. Der eingesetzte Aktivpolyfilter reduziert die Geruchspartikel zu 97 Prozent bei einer Lebensdauer des Filters bis zu fünf Jahren. Die innovative Beleuchtungssteuerung B-Motion Plus ermöglicht die zentrale Steuerung von Kochfeld und weiteren Küchenbeleuchtungen. Somit ist immer ein einheitliches Lichtbild entsprechend der persönlichen Bedürfnisse gewährleistet. EJS, die Technologie der Zukunft. Auch in Ihrer Küche sollte sie nicht fehlen.